ok wie kidnappe ich jemanden mit b ok so wir sind schon mal drin es sind mehr polizisten als gedacht ok ok moment neben da soll man was stehlen und wir können mal looten ok natürlich was auch sonst ok in die in die leute der leute zu stehen bringt nichts mehr ganz kurz ok 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 gang drei bitte einmal aufwischen er kam aufs tiefsten herzen wir brauchen den korrupten polizisten der da mitten in den leuten rum steht den klima dann hier weg oder sind so viele polizisten unterwegs da was will denn die jetzt hallo was ist los na das war klar natürlich läuft er weg hast du gedacht habe nicht getötet ja Hm. So, wo geht denn der? Der läuft da nur hin und her. Also den man kidnappen soll, der läuft da nur hin und her. Der hier geht jetzt auch wieder auf seinen alten Posten zurück. Der wird da hin und her laufen. So. So. Das Finanzgesetz wird wohl verabschiedet. Gott weiß, dass Disraeli seine Karten gut ausgespielt hat. Beinahe ermordet zu werden war das Beste für seine Karriere. Ey, das gibt's doch nicht. Ich, 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 ich werde jetzt hier anfangen Polizisten wegzumachen. Das ist mir echt zu bedürfen. Ich kann ja Polizisten auch außenocken. Das zählt ja nicht als Töten. Hoffe ich. Glaube ich. Ich weiß, dass du dich versteckst. So. Moment. So. Nicht tot. Man könnte ihn jetzt nur töten, aber nein, nicht tot. Das heißt, wir holen uns den Polizisten, der uns die ganze Zeit hier entdeckt. Oh, entdeckt ein Klavier. Jetzt wird es auch was. Jetzt kann das auch was werden. Nicht töten heißt ja nicht, nicht ausknocken. Von dem her machen wir das jetzt genauso weiter. Das Anti-Korruptionsgesetz wird wohl verabschiedet. Looks like he's got his brain loops. Nicht zu fassen, ich habe dem Referenten schon verbracht und gesagt, dass ich den noch... Alarm! So, solange die hier nicht hochkommen, ist ja alles gut, ne? Da wäre sogar mal ein Kidnap-Opfer. Ja, die kommen hier nicht hin. Danke, Spielmechanik. Sehr, sehr nett von dir. Mal warten, nehmen wir mal ganz kurz ab. Oh, ne, oh, die haben jetzt die anderen Polizisten gefunden. Die können sie aber auch nicht aufwecken, ne? Ne. Moment, den haben wir doch schon, oder? Ja, den haben wir doch schon. So, aber es wäre schön, wenn ihr euch ein kleines bisschen weiter bewegen würdet. Sonst muss ich nämlich die Quest durchstarten. Oh, wow. Die verhalten sich gerade ein bisschen unvorhersehbar. Uuuuuh. Naja, muss wirklich nicht ausarten. Schon gut, schon gut, schon gut. Tun sie mir nichts. Ähm. Die gehen nicht aus dem Weg. Das ist schlecht. Weil so klein kann ich den Radius nicht halten, dass man nicht entdeckt wird. Aber da drüben gibt es noch einen Eingang. Hm. Äh. Hä? Was war das Spiel von mir? Wo soll ich hier rein? Was war das? Oh, wow. Nein. ich habe so ich habe so gewusst dass das wird nix also ich weiß nicht wie sich das spiel das vorstellt dass man hier irgendwie an denen vorbeikommen soll keine ahnung hat die haben jetzt nicht wirklich wieso haben die mich jetzt wieder entdeckt noch mal gucken ob das jetzt so klappt kann man ganz kurz warten so ja alle wieder beruhigt wer ist es da hat mich der polizist wieder gesehen als er reingekommen ist ich glaube es nicht der folgt mir auch noch richtig ja der verfolgt mich noch das wird lustig ich Was glaubst du dir? So, wir sind drin. Wir haben keinen Polizisten getötet. Und... naja, das sind keine Polizisten. Von dem her ist hier alles gut. Müssen wir nur noch unsere Zielperson finden. Oh nö, da kommt gerade noch ein Dier. Kriegt man die hier hin? Ei, 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 ei. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal. Der reagiert nicht mal pfeifen. So, geh mal hier hin. Ja, ich sehe mal nach, was das gerade war. Eine sehr, sehr coole Idee. Hab dich. Dem, da müssen wir mal Passwort geben. Und wo ist denn unser Ziel? Hier sind wir mal ein bisschen zu viele... Ja, komm mal gucken. Das könnte wichtig sein. Der guckt natürlich nicht. Ja, geh mal und zieh nach, was das für ein Geräusch war. Ja, geh mal und zieh nach, was das für ein Geräusch war. Eine sehr, sehr gute Idee. Nicht, dass es etwas wichtiges hätte sein können, ne? Ja, so ein Mist aber auch, ne? So. Die da bewegen sich nicht. Na, der kommt genau von mir zu. Na, okay, der bleibt stehen. Das geht nicht gar nicht an. Was hätte man mit uns gemacht damals in Balaklava, wenn wir beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten die Flagge gestrichen hätten. An die Wand gestellt und erschossen. Oh Gott, nicht Balaklava. Hey, also irgendwie. Der Wind bläst in Disraelis Richtung. Guten Tag. Gentlemen. Kennwort. Balaklava. Okay. Feigling. Verbrecher. Leider war es dem Helden von Balaklava nicht vergönnt auf den glorreichen Feldern der Krim zu fallen, sondern durch die Klinge eines Assassinen in den Hallen der Macht. Sind Sie bald fertig? Verneige dich, Knabe. Denn du hast vollbracht, woran alle russischen Kanonen und alle indischen Tiger scheiterten. Nimm deine Trophäe und mögest du daran erstecken. Gut, aber erzählen Sie mir mehr von Balaklava. Leb wohl. Leb wohl, mein Großbritannien. Deine Sonne scheint nun trüber, da der Earl of Cardigan sie nicht mehr sieht. Gott schütze die Königin und das 11. Husarenregiment. Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Ne, was ist denn das plötzlich für ein Raum? Lass mich raten. Na doch, wir kommen hier raus. So, wir versuchen mal den Weg zurückzugehen, den wir gekommen sind. Das dürfte eigentlich das Einfachste sein. Es sei denn, es tauchen jetzt irgendwelche Wachen auf, die uns aufhalten. Sieht aber gerade nicht danach aus. Das heißt, hier kommen wir raus. Nein. Moment, wo sind wir denn auf der Karte? Ich kann doch hier irgendwo. Ah, genau. Ich muss nur aus diesem Gebiet hier rauskommen. Ja, okay. Dann machen wir das so über die Dächer. Wenn hier niemanden auf irgendeinem Dach steht, dann ist das unser Weg. So, darüber und dann dürfte es schon durch sein. Na, fast, ne? So, jetzt aber. Jawoll, keinen Polizisten getötet, 4000 Erfahrungen gekriegt. Das ist sehr, sehr schön. Und 3000 Pfund. So lobe ich mir das. 05 05 006 008